Und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben Retro-Freunde hier bei euren Retros, dem Retro-Julie und die Retros-Usi. Hallo. Wir sind jetzt hier im Bowsers Freizeitpark, so wie es hier ausschaut. Ziemlich, ziemlich bunt, ziemlich, ziemlich wild hier. Wir dachten ja im letzten Part, das war's schon, das richtige Ende, aber nö. Bowsers hat sich gesagt, er bringt uns doch auf seinen Freizeitpark, wo ja wirklich das wahre Ende des Spiels ist, jedenfalls das Offizielle. Nehmen wir mal die Bonus-Welten raus. Aber naja, wie gesagt, wir müssen uns jetzt nochmal auf den Rummel begeben und schauen wir mal, was für Gefahren, was für Fallen uns Bowsers jetzt hier noch entgegenzusetzen hat. Ich hoffe natürlich nicht auf irgendwelche Tempo-Böden-Level, weil die haben uns im letzten Part nämlich ganz schön Probleme bereitet. Also das Dorf muss jetzt nicht nochmal kommen. Doch, jetzt kommt was mit Stachel. Ja, ich weiß, dass im Spezial-Level noch so ein Level kommt, aber ich hoffe jetzt hier nicht so. Ihr seht's vielleicht hier, wenn ich jetzt mal stehen bleibe, bei unserem Leben stehen drei Kronen. Ja, was das bedeutet, da wir ja letztens Game Over gegangen sind, wollte ich ihm natürlich ein paar Leben sammeln. Eventuell ist es ein bisschen übertrieben ein Leben sammeln. Also ich hab jetzt so im Prinzip, haben wir jetzt so fast unendlich Leben jetzt hier. Also über tausend wahrscheinlich, ich hab da so ein Leben-Glitch gefunden, wurde da ziemlich schnell, ziemlich viel Leben sammeln konntest und naja. Also Game Over hier können wir jetzt auf keinen Fall, also wenn wir jetzt so verleben, Game Over hier, dann hör ich auf. Also das mach ich nie wieder ein Video, oder? Nein, jetzt mach doch mal einen Schatz-Rennen. Geh, Susi, ist schon heiß. Auf die erste Welt. Welt-Bowser 1. Kampf auf den Stachelbrücken. Das hört sich nicht gut an. Ich hab mich schon mal ausgerüstet mit einem Tanuki. Ah, da kann ich euch töten, bitte. Oh. Oh, da, die Katze, dann nimm die Katze. Okay. Und richtig, wie alle bilden. Du musst da mal da hoch, ne? Äh. Dann? Dann oder? Nee, nochmal. Frau. Aber ich bin gebraucht noch eine Katze. Ja, du würdest dich nicht kommen. Da ist der Knochen. Ja. Danke fürs Sagen. Ja, hier kommt ein bisschen mehr. Ja, so wird dazu gebraucht eine Katze. Na eigentlich brauchen wir die Katze schon. Aber. Ja. Du hast anscheinend, du legst anscheinend den Wert drauf. Warte mal. Hier du rechts. Warte noch nicht. Oh oh. Ja. Mann, ja hier du rechts. Weiße. Warte. Ja, hammerbo. Wow. Schwissenstoppen an, warte. 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 noch nicht. Jetzt. Warte, Warte. Bring! Bring! Ja, Warte, 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 Warte. Nein! Nein, komm her! Nein! Komm her kurz! Boah, gut. Das ist ein sauberer Katze. Ja, gut, aber... Was hat das passiert? Jetzt mein Controller wurde gedriftet. Ich bin im Acker. Ich dachte, ich darf nicht. Ich darf nicht so lange Zeit lassen, du weißt. Mann, ja! Zeit ist knapp hier. Ich darf jetzt mal vorerst zu rennen. Jetzt. Ja, doch, warum? Ich will jetzt aber zu rennen. Nichts, Alter. Geh, 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 geh. Ah! Ach, zu scheiße, spring drüber. Dann wird drüber springt. Danke, Herr. Danke, was du helfen. Danke, was du töten. und nämlich ja nämlich am besten hoch du könntest wenn man ja gerade wo der zweite grünstern sein ok du musst dann auch weiter schnell das ist natürlich der vorteil und zweitens so springt jetzt ein grünster wird da ist er drüben ach so ja Schaffst du es? Scheiße! Du musst es schaffen. Nein. Warum? Ey, wieso machst du Blase, Mann? Denkst du, Captain, du hast nicht die Macht, wenn du so weit weg bist. Ja, ja. Das hast du ja nicht mehr geschafft. Geh weiter vor, sonst. Jetzt lass es. Da oben? Ja, muss man holen. Du links hoch, rechts hoch. Ja, ja. Ja, die Dürren nehmen wir auf den Sack, Mann. Ja, mach dich doch einmal. Warte, du wirst dich. Ja, Mario. Ich weiß nicht. Bleibt doch. Nein. Oh. Gut, ich hab's. Wir können es hier, wir haben alles. Warte. Ach so, du kannst sie besiegen. Kannst sie besiegen. Komplett mehr. Du musst mehr. bei der Staffel. Lass. Du kommst da hin, naja. Lass mich doch mal ruhen. Ach, komm, Mann, ey. Trink. Oh, ey. Geht nicht. Ich hab doch. Lass mich. Du jetzt ohne Fahrt. Nein. Ich hab doch. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Wow. Ich hab jetzt meine Katze verloren, weil du mit sich der Herzen waren müsstest. Ja, klar, ist mir ich schuld. Ich hätt doch hochklettern können. Du machst dir ja schnell, schnell. Ja, schnell, schnell. Das sind ja auch Sachen, du schnell, schnell. Ich mein, ich hab mehr. Ja, ich hab mehr. Ich hab mehr verdient. Tja, so ist das Leben. Oh, oh, Nessi. Nessi kommt wieder auf. Das ist ja hier. Komm schon. So, komm, lass mich. Go, wir tanzen. 2. 2. Ach, scheiße. Mit dem. Sand Dolores. Mit Nessi. Nur mit Treibsand, wie du aussiehst. Blessi ist Dünnen-Novelli. Ja, sag ich doch. Okay. Okay, let's go. Ob ihr seht denn das, oder? So, Nessi muss lenken, Nessi muss springen. Ich springe. Okay. Ach du Scheiße. Da, spring. Nessi muss nochmal weg. Nessi muss nochmal hin. Nessi muss nochmal hin. Achso. Schau. Nessi muss nochmal hin, so passt. Nessi muss nochmal hin. Nessi muss nochmal hin. Ich mache irgendwie alles BDIS. Alter. Nimm das doch, was? Hä? Wow, da ist ne unbefahre Dings. Ne Pucke. Ja, da springst du halt. Ja. Ja, und ich lenke, oder? Du machst alles BDIS. Ey, du musst schon lenken, Mann. Ey, brauche ich nochmal hin zu springen. Ey, ich muss hin zu springen. Ja. 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 Einfach runter. Einen. Boah. Boah. Oh, gut, gut. Okay, einfach in der Mitte durch. Ja. Ey. Hä? du bist längst so ich denke doch die ganze zeit wo ist zwischen den statuen durch ja ich mach doch die erste dem hoch jetzt die nahmen mittel durch unser letzter scheiße Ah! Mann! Ich sehe, der steht. Hey, wo ist denn der Letzte? Hat er hier irgendwo vielleicht? Gucken wir mal rum, oder? Hat er hier irgendwo vielleicht? Hat Baum vielleicht irgendwo? Jetzt keine Ahnung, ich weiß ihn, oder? Irgendwo bei der Letzten, wo du da so... ... ein Pilz war. Ich bin bei der Letzten Ebene da, wo du so... Mann, ey! Und hier kommt noch einer. Komm mal! Jetzt musst du ins Ziel kommen. Hm. Wo ist er eigentlich? Ich hab doch ihn gesehen! Juni, da musst du mich noch irgendwo feiern lassen. Da bei den Letzten... Bereich da. Oh! Wollen wir hier mal gucken. Ich komme am Zug. Hm. Jetzt brauchen wir jetzt nicht durch das... ...wo der Stempel ist lang. Oh! Oder weil wir durch die Brücke gegangen sind. Hm. Weißt du? Durch die Stadt, oder? Was? 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 Ich baue auf Platz auf. Jetzt ist der zweite. Jetzt ist hier irgendwas da. Woher kommt? Nein. 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 Da hinten ist nur ein... ...Pilz. Ein Leben, oder? Ein Pilz. Was ist denn? Hier, hier! Jetzt muss ich mal gucken. Nein! Nein! Ich muss die Statuen zerstören, ne? Ja! Die Baustatür! Die Baustatür! Die Baustatür! Da! Da, wir hätten die Baustatür zerstören müssen. Dill. Ja, die Baustatür hätte ja nicht gepasst. Ach, sie haben sie noch gerettet, ey! Ja, ja! So, jetzt will ich auch noch rutschen. So. Ja, easy! Ja, ja. Das war ja noch 10, ey. Was kommt das mit, irgendwo hier? Zahnräder hier? Süßes Räderwerk, so. So, das sind Kekse, oder? Kekse, oder? So, ein Doppelkekse, oder? Wann? Ja, die ganze nicht? Ja. Oder unten ist oben? Ja, da. Nix, guck. Ey, es ist ja schon scheiße, wir in die Krone zurück. Guck mal an! 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 Warte mal! Warte mal! Ja, oben ist noch was, bestimmt. Ja! Ey, du kannst roten, Junge! Da! Hör, 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 warte auf! Mach den weg! Da! Mach den doch tot! Schräg! Oh Gott! Mann, ist nicht so einfach, Junge, du Penner! Schräg! Ich krieg gleich Hunger, ey! Nach links, ey, nein! Ja, ist lang, glaub ich! Da, sag ich doch! Noch was, ne? Nein, das war der erste Stern! Oh, das geht's schnell! Gut, 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 gut! Da, guck mal! Kann ich mal auf ein Glas gucken, Warte? Ich glaub, wir müssen was sehen! Guck mal! Ich warte mal! Guck mal! Ne! 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 Okay, los! ja was meinst du keine ahnung monge hat sie nicht tot machen er wird das an macht ihr tod da hast du drauf du musst du ja die ja. Ja, ich muss mal. Schatz. Geh doch weg. Ja, ja. So, der erste kann es runter. Okay. Ja, gut, da ist der Bonus raus. Nee, geh rein. Ja, ja, Mann. Man kann ja nicht so viel Zeit. Keine. Oh, gut. Oh, ey. Noch ein Grünstellung. Was, 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 was? Warte. 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 Gerade, was macht die denn? Hey, ich dachte, da ist was. Mann, Schatz, danke. Wo soll denn? Wow. Komm her. Ja, ich glaube, da doch mal nicht lang. Ich glaube, da auf der anderen Seite wäre, glaube ich, der Stern. Ich kann, weil wir so über das Ding gegangen sind. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, aber in dem Ding war doch auch noch nichts. Ja. Jetzt kommen wir uns ja am Anfang bei den, dann kommen wir ja an mehr Zeit. Brauche ich ja eigentlich nicht machen. Eigentlich. Äh? Warte. Was denn? Nicht, aber lass mich machen. Ja, genau. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, mehr genug. Oh. Hey, lass doch. Ich dachte, du machst das. Was ist das denn? Was ist das denn? Nö, warum soll ich? Das ist so gar keine Brauung, das ist nicht also. Oh. Ich kann nicht. Oh. da war da einer nach links, ne nach rechts, da war da noch der Stern, da war da noch der Stern da holt das was bin ich? oh warte, weg gut jetzt irgendwo, jetzt, da war der Stempel, da war er auch noch nur Straßenkummern ne da ist er ja noch, da ja ja gut, jetzt so weiter jetzt irgendwo, jetzt müsste er noch kommen lassen wir alle weg machen vielleicht, müssen wir ja alle weg machen, wenn ich muss ne, ne so, hier jetzt irgendwo jetzt haben wir ja jetzt mehr Zeit, warte, warte warte ja, kommt wo, hier nein warte, ich tut, warte ey, ich will's haaschen da kann der wohl doch zurück, oder? da drühe, eh Der hat das nur... Wie kommst du denn da lang? Könntest du hier oben... Könntest du hier oben, oberhalb oben... Da, am Rand vielleicht? Keine Ahnung! Hä? Da ist ja auch noch was mit Zeit! Ja, siehst du auch hinterm Ziel! Hinterm Ziel, ja klar! Wenn du im gleichen Ziel hast... Okay... Oh noch mal... Du darfst mal, glaube ich, noch nicht im Ziel, oder? Nee, was machst du? Ey! Jetzt einfach... Alter! Das ist niemals, ey! Hey, du schwebt nicht! Ja, gibst du schon! Was ist das für'n Scheiß! Das ist Gnienchen! Mann! Ach so! Alter! Alter! Was hast du gesagt? Weil du blind bist nicht gut! Du hast schon die Brille auf! Ah, nee! Schönen Schokokuchen, geil! Ja, ja, du Schokokuchen! Oh, Junge! Ich weh dich! Ich weh dich! Ich weh dich! Ich weh dich! Schönen... Ich weh dich! Schönen Geräusche, Ich weh dich! Du hast dich!